Moin sind sie und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von BreakFast. Ihr seht es schon, im Teamchat geht ihr gerade die Scheiße am Dampfen. Und zwar müssen wir jetzt, eigentlich wollten wir ein 2 und 3 machen, laut Unholy. Aber wir haben jetzt einen Low Name, No Name, whatever auch ins Team bekommen, der schon mehrmals von Unholy mit M8Fun heute hart gefarmt wurde. Und wir hoffen... Wer aber heißt hart gefarmt, der ist halt immer gelieft, warum auch immer. Naja, das nehme ich als hart gefarmt. Das waren vielleicht 10 Punkte Unterschied oder so. Ach, nur? Ja gut, na dann, das ist ja nicht hart. Weil die heftigste Blamage wäre, wenn ich weniger Skull hätte als der. Ey, der ist nicht so schlecht, das ist jetzt einfach nur... Der ist auf jeden Fall gelieft, warum auch immer, keine Ahnung. Okay, die campen alle 3 an der Base, oder? Ja, die campen nicht unbedingt nur an der Base. Okay, Yoshi hat ja... Lol, Alter, das ist Yoshi richtig gut gegeben. Ja, Yoshi hat gut kassiert, ich weiß. Alter, 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 der ist am Zoom-Milv-Glitch. Ich komme. Nein, lol, der hat mit der... Oh mein Gott, ist der Typ bad. Ich hab dem anderen zwar noch Hälfte gezogen, aber okay, ich mein, dann troll mich halt. Bei dir ist das Schlimme, ich aim grad low. Weißt du, kalte Hände, ich hab grad hier Fenster offen gehabt und gelüftet. GG. Die kommen. Okay, Gaga-Mann, ein Hit gegeben. Oh, schade, ich wollte das sehen. Warte, warte, zwei Sekunden, dann rushen. Alter, Prämie weg, instant. Der ist hier. Ich muss da ganz kurz weg, ich bin tot. Leute, er nimmt kein Damage. Ja, wahrscheinlich. Gib ihm doch. So, ich hab hier es ist. Ja, okay. Okay, dann lass jetzt auch campen, oder? Lass nimm. Ah? Also, ich hab irgendwie keine Lust da drauf, also. Ja, okay. Du hast weniger Scores, Jan, warte auf. Schon peinlich, ne? Der ist ja gar nicht so schlecht. Ja, war ja auch... Das war ja nur ein Scherz. Ich muss ja meinen, äh, White-Chunk-Ansprüchen gerecht werden. Hm. Irgendwie die Trefferquote, wenn ich hier reinschüsse, gar nicht so. Guck mal, Fire Raiden. Friefen. Der hat ein deutsches Recht, der hat ein deutsches Rechtsschreib-Skill von einem Baum-Schüler. Boah, Junge, du machst aber auch alles alleine, oder? Ja, egal. Egal, einer kommt von links. Dabei, Janer Rater. Okay, und einer ist hier rechts am Glitchen, ich weiß. Okay, der ist ungefallen. Wie der mir gegeben hat, ey, what the shit. Alle, alle rushen und der eine Typ, der tölt sich da oben sein Leben. Alter, dein Score, Junge. Äh, au. Oh, lol. Oh, lol. LOL. Mein Premier ist weg. Ja, meinst du auch? Ja, kommt der durch? Keine Ahnung. Ja. Mit Piste kommt der einfach, denkt nicht so. Jawohl, 9 AP. Der denkt nicht einfach so, oh mein Gott. Warum fickt du das? Oh, da kommt ja einer hinterher, versteck dich. Ja, nee, konnte ich nicht. Ich hab dir noch alles gezogen. Ich glaub, der hat keine Rüssi mehr. Aber in 2.0.2 wäre witziger, wir zersiegen die ja eher. Meinst du in 2.0.3? Ja, in 2.0.3 meine ich doch. Hab ich doch gesagt. Wenn wir immer noch am Führen, also... Werf es scheiße, siehst du es? Lol. Gaggermann knapp für... Aua! Alter, wie der mehr gibt's da, Gaggermann? Das ist so krass. Geh. So, Yoshi, Hälfte, oder? Wenig, Hälfte, bist du weg? Ach, du bist gestorben, okay. Weil wir liegen 916 vorne, warum gehen wir da hin? Er kommt durch. Jawohl, so läuft da... Der andere, der chillt immer noch da hinten, sein Leben. Der macht aber auch nix, ey. Okay, 3, 2, 1, warte, jetzt haben die Respawn weg. Yoshi, Hälfte. Ich bin tot. Das ist überkrass, wie krass Inseln ich kassiere. Zockst du eigentlich mit Scope? Alholy? Oh, Leute, der hat 1 AP, nicht mal so krass. Zockst du mit... Du zockst nicht mit Score? Okay. Bei Spider selten eher. Ich zock halt immer GB, weißt du. Ja, klar. Du hast aber n Lappi, oder? Ne, normalen PC. Echt, was? Okay. Ich freue mich über deine Lappi-Auflösung. Ja, ich hatte 100 Live. Ja, nicht schlimm, aber ich aim... Der eine Typ, der hat mir auf Entfernung so krass gezogen. Ja, war bei mir auch so. Meinst du den, der... Alter, was ist denn mit Yoshi auf einmal los? Ich komm... Ja, der leckt ein bisschen, hab ich so das Gefühl. Nenn das, aber der kommt einfach rein und ich betone... Was? Alter, ich hab grad so hart durch Gagaman auf Entfernung kassiert, ne? Oh mein Gott. Wie der Typ da oben so steht, der drückt mich so auf. Alter, ich... Gib dir das mal. Ich hab grad durch Gagaman, ne? So hart kassiert, dass ich meine Waffe nicht mehr nach oben ziehen konnte. Auf Entfernung. Und nur der hat auf mich geschossen. Okay. Das werd ich mir später nochmal beim Rendern geben, das kann nicht sein. Ich bin von einer Sekunde von quasi Hälfte auf 13 AP und kein Prämie mehr runter. Alter, wie der Typ trifft, doch nicht lange. Das ist der Obershit. Warte, geh mal mal hier hin. Okay, gut. Der eine spawnt hier jetzt gleich. Komm, geh einfach durch. YOLO! Der macht den Zoom, Milf. Der macht ernsthaft den Zoom, Milf. Pass auf, geh nicht durch, der macht den Zoom, Milf. Geh mal bei Jana Rater helfen. Was? Ja. Was, ob ich aus... No, no, der ist grad einfach gestorben. Warte, ganz kurz, meine Waldelf ist ganz normal. Was, Waldelfe? Ich weiß sehr, Martin, dass wir uns gestört fühlen. Okay, dann probier ich jetzt leiser zu schreien. Läuf. Hör mich hin. Läuf. Aber will dieser Kamani nur so da ab? Okay, fuck. Läuf. Läuf. Geh den dir! Ja, egal. So, easy 3 AKD und du easy 17 Assists. Mach man. Kann man ja mal machen, ne? Okay, Leute, tut mir leid, dass das 2-2 jetzt die 7. Gegen drei Leute kann ich nichts tun. Hä, was denn? Warte mal auf mich. Geh nicht in drei Leute rein. Alter, das ist mit Yoshi wieder so krass. Nur Chance. Ich hab's so krass, ich konnte wieder meine Waffe nicht nach oben ziehen. Der ist manchmal abnormal, wie die mir geben. Der ist aber auch nicht so der Held, so, oder? Wo ist der Triple, da? Komm mal, Holdi, ich will ihn sehen. Ja, wenn er nicht abbauen würde! Leute, wo ist der Triple? Da ist der Triple. Geh verkeh. Oder was? Das ist so, ich lauf da rein, auf einmal bin ich tot. Ich bin einfach tot. Mehr kann man dazu nicht sagen. Einfach tot. Sollten wir vielleicht mal Epis kicken? Da ist danach das 2 gegen drei. Nein! Bei Yoshi gar nicht so scheiße aimt und ich aimt über low. Sorry Leute, ich glaub, das war einer meiner schlechtesten Brick Force Momente seit knapp einer Woche gerade eben, ey. Was ist mit gestern? Ja, das kann man nicht sehen. Gestern, das war das schlechteste Moment in der gesamten Brick Force Karriere. Da hab ich selbst, als ich null Rüstung hatte, mit Black Brother schon besser geaimt als da. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Weil das hier das grenzt ja an Farming. Außer Yoshi. Yoshi gibt mir das sogar noch relativ gut. Ich weiß nicht, der setzt mich jedes Mal in Brick Shot. Oh, wie er da klitscht. Oh mein Gott. Also Leute, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Auf rein. Ciao. Du musst dich auch noch verabschieden. Ja, tschüss.